Die Musiker kommen auf die Bühne von rechts. Sie nehmen ihre Plätze ein. Wunderschönen guten Abend. Wir sind der Klesmer Tünz und wir spielen für Sie zwei sehr, sehr traditionelle Lieder, die aus Odessa stammen, vielleicht die Hauptstadt der Klesmer Musik. Die Stadt liegt an der Schwarzmeerküste, ist bekannt für tolle Künstler, tolle Musiker, Schriftsteller. Aber außergewöhnlich wird los, sind auch die Ganonen der Stadt. Sie sehen eine Zitrone da, unter Zitronen, verstehe ich mal da, Millionen. Wunderstehen. 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 Es spielen vier Musiker, von links nach rechts, eine Geige, eine E-Gitarre, ein Kontrabass und ein Klarinett. Wunderstehen. Musik 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 Musik